Ja, bei mir steckt es ein überglücklicher Stefan Simon oder kannst du es noch nicht richtig fassen? Doch, doch, ich bin wirklich sehr glücklich. Gerade nach dem turbulenten Saisonverlauf, den wir jetzt hinten raus auf hatten, tut so ein Spiel natürlich mega gut. So Finale ist emotional gerade noch nicht greifbar, aber das wird halt irgendwann kommen. Ich bin einfach wirklich bombenglücklich, dass wir so ein Spiel endlich nochmal gewinnen konnten, mit aller Brisanz, die dazu gehört. Hätte ja nicht ungünstiger starten können. Traumtor in der sechsten Minute, hättet fast direkt das 1-1 gemacht und habt euch lange Zeit schwer getan. Ich finde, wir hatten einen ganz guten Start in die Partie, bekommen dann aus dem zweiten Ball ein wirklich tolles Tor vom Arbeiter-BC. Hat er richtig gut gemacht, hatte mit Nikolaus Wendel auch gesprochen, ob man den halten kann oder nicht, weil von uns sah er wirklich unhaltbar aus. Und er sagte, auch besser kann man den nicht platzieren. Tolles Tor und dann rennst du der Sache wieder hinterher. Ist auch ein gewohntes Bild aktuell für uns, aber dennoch, wir haben wieder Stärke, also auch Comeback-Qualitäten bewiesen. Hinten raus natürlich mit einem tollen Timing-Kursverschluss dieses Spiel für uns entschieden. Ich glaube, für die vielen Zuschauer, die da waren, war wieder einiges geboten. Was hat den Unterschied in der zweiten Halbzeit ausgemacht? Ihr habt den Zahn zugelegt, ihr wart griffiger in den Aktionen und natürlich die individuelle Klasse von Jan Peder, muss man sagen. Hundertprozentig hinten raus, absolut. Wir haben gesagt, dass wir das Spiel nochmal verändern wollen, haben dann auch ein paar Wechsel getätigt. Hinten raus sind es dann der 5 geworden bis zum Schluss. Wir konnten unser Spiel dahingehend auch nochmal offensiver gestalten, vielleicht auch noch einen Ticken sicherer gestalten, auch wenn es in der zweiten Halbzeit eine Phase war, wo es sehr hektisch wurde. Aber trotzdem, finde ich, haben wir schon den Zahn zugelegt und waren dem Tor dann schon ein Stückchen näher und es hat funktioniert. Was sagst du zu der Kulisse? Ich glaube, von so einer Kulisse hast du auch noch nie gecoacht, oder? Nee, absolut richtig, mega geil. Ich bin dankbar um jeden, der hier war, wirklich jeden Zuschauer, aber auch um jeden Helfer, jeden Offener, jeder, der in der Frippenmode ausgeholfen hat. Im Vorfeld waren einige Tage vorher, aber auch mit viel Planung, ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor den Vereinen, vor allen Helfern, aber auch vor der tollen Kulisse. Danke auch. Ja, nur 5 Minuten war das Spiel für Fabian Reusch, kann man da schon was sagen? Fußverletzung oder was? Tut mir unwahrscheinlich leid für den Jungen, weil er wirklich auch eine Entscheiderqualität für uns hat, ist wohl auch mit einem kompletten Sprunggelenk umgeknickt. Würden wir mal schauen. Ich glaube, wir haben ein ganz gutes Herz im Netzwerk, da werden wir ihn mit Sicherheit unterkriegen. Ja, Finale in Koblenz ist natürlich jetzt ein Auswärtsspiel, aber ist jetzt nicht so schlimm, oder? Scheißegal, ich bin total froh, dass wir es haben. Ist das so, wie man dann auch diesen Pokal irgendwo spielt? Wir haben immer gesagt, wir würden mal ganz gerne in diesem Finale stehen, jetzt machen wir das tatsächlich. Ich bin mal gespannt, wie die Organisation sein wird bezüglich letzter Spieltag und Pokalfinale, da wird ja mit Sicherheit jetzt in Kürze auch eine Entscheidung dann kommen. Aber ja, wir haben das Finale, das steht über allem. Ja, jetzt gibt es einen harten Schnitt, am Samstag geht es zur FSG Ehrang, da sei der haushoher Favorit, muss man sagen. Aufgrund der Konstellation fällt jetzt natürlich schwer, den Fokus auf Ehrang zu legen, aber vielleicht trotzdem schon mal so zwei, drei Sätze, was erwartet euch da? Ja, würde tatsächlich gar nicht so hoch hängen, weil wir wissen schon, dass wir jetzt in den letzten Wochen auch in der Liga Federn gelassen haben, nochmal für die Emotionen, auch für das Gefühl tut dieser Sieg unwahrscheinlich gut. Aber jetzt ist natürlich auch wieder Liefern angesagt im Liga-Alltag und da kommt Ehrang jetzt am Wochenende mit Sicherheit dann zu Hause unter besonderen Umständen auf irgendeine Art und Weise, ja, als wirklich knüppeldicke Aufgabe auf uns zu. Also personell, was kann man da sagen? Langzeitverletzter Weberskirch, was ist mit Filz, der ja berufsbedingt heute gefehlt hat? Ja, der wird wieder dazukommen. Wir haben mit Marlon Stolz noch einen A-Jugendlichen, der auch Talentqualitäten hat. Jonas Weberskirch wird noch als Langzeitverletzter ausfallen, leider ist es auch ein herber Verlust über die komplette Saison. Fabian Reusch wird mit Sicherheit dann auch eng jetzt fürs Wochenende, aber ansonsten, wir haben eigentlich von der personellen Anzahl und Qualität her einen guten Kader.